Heute befinden wir uns auf dem BVF-Kongress in Leipzig und ich freue mich ganz besonders, dass wir ein bekanntes Gesicht hier wieder treffen, nämlich den Herrn Rader von der Konzept und Marketing, der ja schon, wie Sie wissen, auf einer unserer Sendungen dabei war. Und natürlich nutze ich die Gelegenheit, ihn zu fragen, ja, was ist aus der ganzen Sache geworden? Ja, nach zwei Fachvorträgen und einer kompletten Messe ist meine Stimme etwas lädiert, aber ich denke mal, ich schaffe das heute noch. Ich kann nur sagen, dass wir sehr, sehr erfolgreich mit dem Produkt gewesen sind. Dass auch die BVF dieses Produkt sofort in ihr Produktportfolio, in ihre Produktpalette aufgenommen hat und auch der gesamte Markt extrem positiv reagiert hat. Ja, und die Umsätze und die Steigerung der Umsätze von Monat zu Monat, wir sind jetzt seit dem 1.11. erst vertriebsfertig und verkaufsfertig, sind mehr als zufriedenstellend. Der Markt hat es angenommen, BVF hat es angenommen, die Kunden nehmen es an, sie verstehen das Produkt, sie verstehen endlich mal das Produkt, was sie kaufen. Im Versicherungsbereich und das macht mich eben sehr stolz und sehr glücklich.